Hallo zusammen, ich dachte, ich melde mich auch mal mit einem kurzen Video über die aktuelle Marktlage aus meiner Sicht. Ich erzähle einfach mal so ein bisschen meine Gedanken, wie ich das Ganze zurzeit so empfinde. Erzähle auch mal, was ich gerade mache, worauf ich mich konzentriere mit meinen Investments. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen, wer weiß. Also ich glaube, man kann ziemlich sicher sagen, dass sich das Drama der letzten zwei Wochen jetzt die letzten zwei, drei Tage etwas beruhigt hat. Die Kurse stabilisieren sich so allmählich. Wir hatten ja ein paar sehr, sehr heftige Market-Crashes, kann man schon fast sagen. Oder man kann es auch dann etwas neutraler formulieren und sagen, es waren einfach nur Korrekturen. Und es ging ja auch ein bisschen die Angst um, dass jetzt der Bear-Market losgeht. Und weil es ja auch sich so ein bisschen abgezeichnet hat, der Markt war ja deutlich überhitzt vor zwei Wochen noch, als die ganzen Meme-Coins losgingen oder durch die Decke gingen. Und als dann noch irgendwie die Regulierung in China wieder zugeschlagen hat und in den USA und was weiß ich, was noch alles passiert ist in den Medien. Elon Musk und irgendwie die Ökobilanz von Krypto und von Bitcoin. Was wurde uns nicht alles irgendwie entgegengeschleudert und man hat es echt versucht, uns irgendwie runterzukriegen. Die Kurse sind natürlich auch drastisch abgestürzt und jetzt stabilisiert sich alles wieder. Sieht zumindest jetzt so aus seit zwei, drei Tagen. Es geht immer ein bisschen rauf, ein bisschen runter. Und wir haben so eine echt, ich sag mal, entspannte Volatilität von zwei bis drei Prozent pro Tag, manchmal auch vier oder fünf Prozent. Und das ist ja jetzt, ich sag mal, an den Börsen, glaube ich, also an den klassischen Börsen schon ziemlich viel Volatilität. Im Kryptomarkt ist das allerdings eine ganz entspannte Situation. Da kann man sich zurücklehnen und einfach nochmal ein bisschen die Gedanken spielen lassen, sich etwas ausruhen und entspannen. Weil es sieht fast so aus, als wäre das Schlimmste vorbei, aber wer weiß, es kann jederzeit wieder losgehen. So, also, was kann man so sagen? Schauen wir doch einfach mal rein irgendwie in die Kurse. Ist ja vielleicht nicht jetzt so wichtig, dass man also jetzt die Kurse immer genau im Blick hält, aber ist natürlich schön, da auch mal ein bisschen reinzuschauen. Jetzt, wir haben ja also den Bitcoin. Der Bitcoin, der tendiert hier so auf die 40.000 Dollar zu. Nach und nach, in kleinen Schritten, kann aber, also man sieht es ja hier auch in dieser Sieben-Tage-Kurve, es geht jetzt so seit kurzem wieder aufwärts. Aber nichts ist wirklich von Bestand. Man kann also sagen, vielleicht geht es nochmal runter. Vor allem, wenn wir jetzt bei 40.000 ankommen. Das ist ja wieder so eine Marke, wo dann also manche sagen, so, ich bin jetzt bei 40.000 eingestiegen und jetzt muss ich bei 40.000 wieder verkaufen. Ist ja immer so mit diesen glatten Zahlen, die haben immer irgendeine Signalwirkung. Und also, wer weiß, was passiert, wenn wir jetzt an die 40.000 rankommen. Aber immerhin, es hat sich jetzt die letzten Tage schon etwas stabilisiert bei Ethereum auch. 2.800 Dollar zur Zeit. Es war auch schon mal bei knapp 2.900 und dann ist es auch schon wieder runtergegangen auf 2.700. Aber wie ich gerade sagte, so entspannte Form von Volatilität für den Kryptomarkt. Viele, viele andere Coins gehen Schritt für Schritt ein bisschen hoch. Auch Binance, Cardano. Es gibt hier natürlich auch so Ausreißer wie der Polkadot. Der ist ja schon sehr, sehr stark in letzter Zeit gestiegen. Vor allem hat er sich aus meiner eigenen Sicht vor allem sehr, sehr gut erholt. Nach den ganzen Korrekturen, die wir hatten, ist jetzt so bei 23 Dollar. Und ganz besonders gilt das auch für Polygon. Polygon ist ja richtig abgegangen. Wir waren ja runter, glaube ich, auf 87 oder 79, 77 Cent oder so. Ich weiß gar nicht, wie das absolute Tief war. Und jetzt sind wir schon wieder bei 2,08 Dollar. Also Polygon hat hier tatsächlich eine ganz beachtliche Kehrtwende hingelegt. Aber auch hier bei Polygon ist es jetzt in letzter Zeit wieder ein bisschen runtergegangen. Also es pendelt sich irgendwie auf so Niveaus ein, die wir gesehen haben. Ich denke mal so etwas, bevor alles überhitzt ist. Also vielleicht vor vier Wochen oder vor fünf Wochen auf diesen Niveaus pendelt sich das ein. Polygon ja, glaube ich, relativ nah am Alltime High. Das war bei 2,50 Dollar oder so. Ich schaue nochmal nach, wo wir waren. Sieben Tage hoch, 2,22 Dollar. 2,62 war es hier. Also wir sind da schon wieder relativ nah dran. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass der Markt gerade eher auf positive Impulse wartet. Es ist also so, es bewegt sich seitwärts. Es geht alles ein bisschen hoch. Wir sind, glaube ich, an dem Punkt angekommen, wo die Investoren, die neu im Markt waren und die hier quasi auf schnelle Gewinne gehofft haben, dass sie jetzt also quasi, sagen wir mal, im Februar oder März einsteigen, als Elon Musk getwittert hat und dann das erste Mal und dann gedacht haben, so jetzt gehe ich in Krypto rein, dann werde ich auch reich. Ich glaube, die sind jetzt wirklich mehr oder weniger alle weg. Also auch herzlichen Glückwunsch an alle diejenigen, die jetzt noch im Markt drin sind. Denn sie wirkt fast wirklich so, als wäre das Schlimmste überstanden. Und wer das jetzt überstanden hat, was in den letzten zwei Wochen passiert ist, der wird sich jetzt von dem nächsten Dip oder der nächsten größeren Korrektur auch nicht mehr abschrecken lassen. Und das, finde ich, ist auch irgendwo so eine gute Basis. Also da merkt man so, wir haben jetzt hier irgendwie einen Boden gefunden, von dem aus es wieder aufwärts gehen kann. Aber ich habe das Gefühl, also die Investoren warten jetzt noch ein bisschen darauf, dass nochmal irgendwas Positives passiert. Und zurzeit gibt es auch die einen oder anderen positiven Impulse. Es gibt aber auch negative Impulse. Und mein Gefühl ist, dass sich das alles noch nicht richtig auswirkt auf die Marktstimmung, weil man hat einfach noch den Schreck in den Knochen stecken von den letzten Wochen und wartet jetzt mal so ein bisschen, wer sich als erstes raustraut. Und man hat auch ein bisschen Sorge, dass jetzt wieder irgendwas Negatives kommt. Und dann geht natürlich auch wieder alles runter. Und da möchte man dann natürlich lieber so ein bisschen auf der Seitenlinie bleiben und abwarten, was als nächstes passieren könnte. So ein positiver Impuls, der jetzt also hier gerade heute passiert ist, das ist, dass wir das hier irgendwo bei, ich habe es bei Coindesk gesehen, ich muss nochmal gucken. Also Karl Eichen ist ein Multimilliardär, kann man schon fast sagen, ein berühmter Investor, hier auch überlegt, jetzt in Krypto einzusteigen. Das ist insofern sehr beachtlich, weil er tatsächlich auf Bloomberg heute oder gestern war es, gesagt hat, er denkt über eine Investition im Bereich von einer Milliarde bis 1,5 Milliarden Dollar nach. Das ist natürlich wirklich eine richtige Menge. Das würde also durchaus ein richtig großes Signal darstellen. Das also auch ein positives Signal wäre das, wo quasi die Märkte wahrscheinlich auch sehr stark darauf reagieren werden. Denn Karl Eichen hat sicherlich auch ein anderes Standing als zum Beispiel auch Elon Musk, weil das auch eher so die Boomer-Generation oder die ältere Generation mehr ansprechen wird, wirkt auf jeden Fall wesentlich seriöser. Aber es ist hier nicht wirklich die Rede davon, dass tatsächlich eine Investition stattfindet, sondern er hat halt nur gesagt, er überlegt es sich. Es gibt irgendwie quasi also looking at investing in Krypto. Das heißt also nicht, dass das wirklich gemacht hat, sondern dass das einfach nur eine Option ist, die in Erwägung gezogen wird. Es ist natürlich überhaupt nicht klar, in welchem Zeitrahmen und ob das überhaupt passieren wird und in welcher Form. Das ist einfach nur in einem Interview mal so als Äußerung gefallen worden. Reicht, glaube ich, zurzeit auch nicht aus, um den Kryptomarkt wieder richtig anzuschieben. Aber wer weiß, was sich daraus noch entwickeln wird. Was ich auch hier besonders lustig finde, ist, also Carl Icahn ist jemand, der sich jetzt auch in diesen Club der 180s einreiht. Das sind all diejenigen, die also in den letzten Monaten quasi die 180-Grad-Wendungen in Bezug auf Krypto hingelegt haben, weil er war tatsächlich vor einiger Zeit noch komplett gegen Krypto. Hat das verglichen mit, hier steht es auch, mit der Mississippi-Land-Bubble um 1700, 1750 oder so, also Mitte 17. Jahrhundert, wo dann quasi die Aktienmärkte in Europa, also das, was man so nennen kann, also die Märkte in Europa auch danach eingestürzt sind. Und er hat es also quasi mit, es ist immer dasselbe, es ist mal die Tulpenblase, mal es ist die Mississippi-Land-Bubble und was weiß ich, was noch alles an historischen Beispielen. Und all das ist natürlich vor, seit Jahren kann man sich das immer anhören, Krypto ist wie die Tulpenblase und so weiter. Er war einer davon und jetzt ist es auf einmal alles anders. Warum alles anders ist, werden wir wahrscheinlich nie erfahren, weil diese Begründungen hier irgendwo, also diese Gedankengänge finden irgendwo im Geheimen statt. Irgendwann fällt der Groschen und dann sieht die Welt komplett anders aus. Und mal ganz ehrlich, das sind Sachen, die haben wir auch schon erlebt im Bereich Krypto. Erst total dagegen, dann total dafür, entweder was den ganzen Markt angeht oder was einzelne Projekte angeht. Totale Ablehnung, erscheint mir als überhaupt nicht sinnvoll. Und zwei Monate später fällt der Groschen und auf einmal meint man irgendwie, das ist das größte Projekt der Welt. Also wir kennen das alle, herzlich willkommen. Karl Eiken im Kryptospace, viel Spaß. Ich würde auch empfehlen, immer nur das Geld zu investieren, dass man auch bereit ist dann zu verlieren, was man sich auch leisten kann. Also 1,5 Milliarden erscheint mir da eine echt sehr sinnvolle Summe. Da würde ich also durchaus empfehlen, möglichst alles in den Dogecoin zu investieren. Also Karl Eiken, positives Signal. Und dann haben wir also tatsächlich aber auch immer wieder auf der Gegenseite, man sieht es, wenn man nur mal die Startseite von Coindesk anguckt, kann man aber auch woanders, auch Bloomberg und so. Also Regulierung ist echt überall und besonders in China, besonders in den USA. China also nochmal irgendwie mit einem Bitcoin-Verbot und zwar ging es ums Mining rausgekommen. Mining irgendwie wird verboten in China. Ehrlich gesagt, kein Mensch weiß, was, also ich muss ehrlich sagen, ich habe überhaupt keinen blassen Schimmer, wie China eigentlich tickt. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Heißt das einfach nur, dass irgendwie jetzt offiziell Mining verboten ist, aber die Miner trotzdem weiter meinen können, weil sie irgendwie quasi eine Lizenz haben oder quasi regierungsnah sind oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. Also China ist ein Buch mit sieben Siegeln. Ich weiß auch gar nicht, warum die Märkte auf sowas immer total reagieren, weil ehrlich gesagt kein Mensch weiß, was das bedeutet. Und ganz ehrlich, in den USA exakt dasselbe. Ich muss echt sagen, ich persönlich sehe die USA quasi durch dieselbe Brille wie China inzwischen in den USA Regulierung ein komplettes Durcheinander. Kein Mensch kapiert das irgendwie noch. Man hat hier zum Beispiel, hier ist zum Beispiel so eine Meldung Fincen. Fincen, New Head says controversial Trump-Era-Crypto-Proposal is still pending. Und wir erinnern uns noch, es ging um das, um eine Sache, die ist glaube ich so im Dezember 2020, also im letzten Dezember aufgekommen, als Trump noch da war. In den letzten Wochen der Trump-Regierung ist dann also quasi eine Regel eingeführt worden, die besagt, dass also alle Transaktionen, die über 10.000 Dollar sind, gemeldet werden müssen. Und zwar ging das wohl aus von der Fincen. Das heißt also, wer auf Exchanges irgendwie ist und mehr als 10.000 Dollar in Krypto abhebt oder irgendwie einzahlt, muss quasi Fragebogen ausfüllen und melden. Und das ist natürlich total verheerend, weil die ganzen Krypto-Exchanges dann ohne Ende Infrastruktur aufbauen müssen, um sowas überhaupt abzubilden. Ganz abgesehen davon, dass natürlich der Wahnsinn für Investoren, die also jetzt viel hin und her transferieren. Ein totales Signal, natürlich irgendwie DeFi, DeFi, DeFi. Das schreit ja geradezu danach, weil da kann man in Ruhe arbeiten, da muss man nichts ausfüllen, da muss man sich nichts melden. Kann man erst mal seinen Job machen und dann Ende des Jahres eine vernünftige Steuererklärung mit dem, was dann am Ende rausgekommen ist. Das wäre ja eigentlich auch die ideale Art, wie man damit umgeht. Aber hier wurde das halt vorgeschlagen und dann ging das wirklich innerhalb ganz kurzer Zeit. Normalerweise holen die ja dann Feedback ein aus der Krypto-Industrie, also aus der betroffenen Industrie, beziehungsweise aus dem betroffenen Business. Und hier, das dauert vier Wochen oder so. Und hier wurde diese Frist auf eine Woche oder sowas oder zwei Wochen verkürzt. Und zack war dieses Proposal quasi durch. Zumindest schien es so. Dann gab es entsprechend Widerstand aus dem Krypto-Bereich und entsprechend wurde das Ganze dann verschoben. Auf die Zeit nach Trump für die Neue quasi so übrig gelassen, für die Nächsten, dass die quasi den Kram aufräumen können, den die hinterlassen haben. Und diese ganze Sache ist offenbar, gärt offenbar noch. Denn das ist also immer noch pending. Es ist immer noch nicht vom Tisch. Es ist immer noch nicht irgendwie abgelehnt worden. Stattdessen wird also immer noch überlegt, ob man das machen möchte. Das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt ist aber, jetzt erinnern wir uns mal, vor einer Woche hat die IRS, also das ist quasi die Finanzbehörde in den USA, auch ebenfalls eine Regelung eingeführt, wonach Transaktionen über 10.000 Dollar gemeldet werden müssen. Das heißt also, diese Regelung hier, die eigentlich inhaltlich fast dieselbe ist, die ist noch nicht durch. Die andere Regel, die also aus der anderen Richtung kommt, die eigentlich fast dasselbe ist, ist aber quasi mehr oder weniger schon aktiv. Da fragt man sich auch, also wer hat da eigentlich was zu sagen? Wer ist für was zuständig? Und vor allem, wenn einer was sagt, gilt das dann oder gilt das nicht? Und ich glaube, die Grundregel ist ganz einfach, wenn eine solche Regulierung rauskommt, dann gilt die. Aber wenn irgendjemand eine Regulierung, wenn irgendwo eine Regulierung noch in Arbeit ist und noch nicht beschlossen ist, dann gilt die nicht. Aber das heißt ja, wenn man sich das mal durch den Kopf gehen lässt, das Regulierung mehr und mehr wird, weil es wird ja nicht zurückgenommen. Das heißt, man hat hier eine Regel, man hat eine andere Regel, die mögen sich vielleicht widersprechen, die gelten aber beide. Dann gibt es eine Regel, die gilt schon, eine Regel, die gilt noch nicht. Die, die schon gilt, die übertrifft natürlich, die noch nicht gilt. Aber wenn eine neue Regelung rauskommt, die quasi dem entgegensteht, was ist dann? Dann gelten einfach beide Regeln und man muss sich irgendwie an alles halten. Es nervt ohne Ende und wie auch immer das jetzt ist. Man kann sich also darauf einstellen, dass jetzt gerade, wo der Regierungswechsel war, wo die neuen, wo quasi sich die Behörden umstrukturieren und so neue Richtlinien rauskommen, dass sich das Ganze einfach jetzt in den nächsten Monaten sortieren wird. Da ist natürlich jede Menge Dampf hinter jetzt am Anfang. Und ich weiß noch nicht, also man muss einfach mal in Ruhe abwarten, was sich da rauskristallisiert. Man kann aber schon ziemlich sicher sagen, dass die Regulierung im Kryptobereich vor allem in den USA zunehmen wird. Und das ist natürlich eigentlich keine gute Nachricht. Und auch hier, jetzt nach den letzten zwei Wochen, es fühlt sich so an, als wäre der Markt so ein bisschen abgestumpft und reagiert jetzt nicht mehr so richtig auf diese Sachen. Aber je nachdem, was kommt, wer weiß, diese ganze Situation, wie sie jetzt ist, ist ein bisschen instabil. Und das ist auch so das, was ich als Grundlage habe jetzt für mein eigenes Verhalten, für meine Investitionen. Also ich konzentriere mich zurzeit mehr auf die Projekte, die mich auf lange Sicht überzeugen. Das heißt, ich gehe mehr in die Fundamentals. Ich gehe mehr in die etablierten Projekte, wie zum Beispiel den Bitcoin, wie zum Beispiel Ethereum, aber auch Cardano und Polkadot quasi große Infrastrukturprojekte. Ich ziehe mich dahin zurück, weil ich weiß, dass diese Assets, das sind die Assets, an die glaube ich, an die Zukunft. Und für mich ist es egal, wenn die jetzt nochmal, auch wenn die noch 50 Prozent nochmal runtergehen oder auch 75 Prozent runtergehen. Mir ist es egal, wenn der Bitcoin auf 10.000 fällt. Mir ist es egal, wenn Ethereum auf 1.000 Dollar fällt. Denn im Gegenteil, dann freue ich mich, dann kaufe ich nochmal nach, weil dann kriege ich es nochmal billiger. Denn ich weiß, dass diese Assets in gewisser Weise die Zukunft sind. Die Zukunft des Finanzsystems, dass ich weiß, dass Banken ganz, ganz grundsätzlich darüber nachdenken, wie sie in den Kryptobereich reinkommen. Das liest man immer wieder in den Medien. Ganz zu schweigen natürlich von den Vermögensverwaltern und so weiter. Wir reden auch von einer Makroentwicklung. Wir reden von einer möglichen Inflation, von möglichen Steuererhöhungen, von möglichen Währungsreformen. Und all das sind Dinge, die auf lange Sicht für mich, für ein Kryptoinvestment sprechen. Aber ich gehe jetzt nicht mehr vorläufig, nicht mehr in Projekte, die eine kurze Perspektive haben, die also quasi jetzt eine Perspektive von drei, vier, fünf oder sechs Monaten haben. Ich investiere zurzeit auch nicht in irgendwelche Startups, in irgendwelche neuen Projekte, die rauskommen, sondern ich gehe ziemlich zurück auf die quasi Blue Chips, was jetzt so, wenn man das so nennen kann. Und dazu zählen für mich vor allem der Bitcoin, der Ethereum ganz weit vorne und auch Cardano und Polkadot, weil das ist für mich eine Absicherung. Ich glaube zwar an Ethereum, ich glaube an den Erfolg von Ethereum. Davon bin ich absolut fest überzeugt. Aber als Investor muss man natürlich sich auch ein bisschen absichern und sich Gedanken darüber machen, wie, was passiert eigentlich, wenn diese ganzen Dinge, wenn also Ethereum jetzt doch nicht skaliert, wenn das jetzt alles sich verzögert und schief geht, dann wird natürlich Cardano wichtig, dann wird Polkadot wichtig. Aber das Ganze ist ja auch nicht so etwas entweder oder, sondern wir haben ja das Glück, dass wir in alles investieren können, was wir wollen. Wir können uns ja die Projekte aussuchen. Wir müssen ja nicht sagen irgendwie nur Ethereum. Wir müssen uns nicht für ein Einzelnes entscheiden. Wir können ein bisschen streuen und das mache ich auch. Ich gehe also jetzt mehr in diese Projekte rein. Und dann möchte ich noch ganz kurz, ganz wichtig etwas sagen zum Thema Binance. Warum nicht BNB? Warum nicht die Binance Smart Chain? Weil ich glaube, ehrlich gesagt, nicht an die Zukunft der Binance Smart Chain. Die Binance Smart Chain, das ist eine Story, die ist jetzt quasi richtig losgegangen im Januar, als die Probleme mit Ethereum massiv wurden. Letzten Sommer konnte man mit Ethereum noch einigermaßen arbeiten. Man hatte Transaktionsgebühren von 10 Dollar, von 20 Dollar bei irgendwelchen Uniswap Trades. Das ist so etwas, das ist nicht optimal, aber das ist irgendwie so das Feature wert, dass man halt dezentral reibungslos irgendwelche Swaps machen kann. Und die Projekte waren damals sehr vielversprechend, die rauskamen, das heißt also, wenn man was gekauft hat, hatte man 20, 30 Dollar Kosten oder so. Aber angesichts der möglichen Gewinne war das eigentlich egal. Und im Januar, Dezember, Januar ist das dann also richtig losgegangen mit den Ethereum-Gebühren. Die wurden einfach viel zu hoch, 200 Dollar, 100 Dollar pro Transaktion. Und natürlich ist Binance da irgendwie dann auch, hat sich quasi diese, ist da in die Lücke gestoßen und hat sich diese Chance geschnappt mit einer eigenen Blockchain auf Ethereum-Basis. Und das hat also eine ganze Zeit gut funktioniert. Aber ist das ein Projekt, das für mich eine Langzeitperspektive hat? Die Binance Smart Chain, nein, ist sie für mich definitiv nicht. Woran liegt das? Ich zeige das auch nochmal ganz kurz. Es gibt dieses berühmte Scalability Trilemma, ist auch manchmal bekannt als Blockchain Trilemma. Das stammt von Vitalik. Vitalik hat das in einem Artikel mal formuliert. Und zwar ist das im Prinzip, dass es diese drei Dinge gibt, die Dezentralisierung, die Skalierbarkeit und die Sicherheit. Und man kann bei Blockchain-Projekten, es ist extrem schwer bei Blockchain-Projekten, alle drei Kriterien voll zu erfüllen. Man muss im Prinzip eine Entscheidung treffen, mehr Sicherheit, mehr Dezentralisierung und mehr Skalierung. Und man hat jetzt hier also im Prinzip, Ethereum ist zurzeit eher hier so auf dieser unteren, also auf dieser Basis des Dreiecks hier, wo also im Prinzip Dezentralisierung und Sicherheit im Grunde sehr, sehr hoch ist. Also das ist definitiv der Fall. Wir wissen also, dass Ethereum sehr, sehr gut funktioniert, was die Sicherheit angeht. Und wir wissen, dass Ethereum maximal dezentralisiert ist im Vergleich zu vielen, vielen anderen Projekten. Eigentlich im Vergleich zu allen anderen Projekten nehmen wir mal Polkadot und Cardano aus, weil hier sind die Produkte ja auch noch nicht richtig fertig. Aber die Skalierbarkeit, also in diesem Dreieck sind wir hier echt ganz, ganz weit unten. Also Ethereum skaliert zurzeit überhaupt nicht. Und jetzt kann man also sagen, bei Binance ist das eher so, dass die auf diesem rechten Schenkel des Dreiecks hier sind, denn Dezentralisierung ist bei Binance überhaupt nicht gegeben. Wenn ich jetzt, also nur ein bisschen gegeben, weil wir haben 21 Validatoren und die machen das, aber keiner weiß, wer hinter den Validatoren steckt. Man muss BNB staken, man muss BNB mitbringen und wer die meisten BNB-Tokens gestaked hat, ist im Bereich, also zählt zu diesen 21 Validatoren. Man muss aber dazu sagen, dass mit Sicherheit Binance auf den allermeisten BNB-Tokens sitzt. Das heißt also, wenn da in diesen 21 auch nur einer auftaucht, der irgendwie da nicht reingehört, wird Binance das sofort irgendwie toppen, bin ich sehr sicher. Also ist jetzt, ich habe da keine Informationen, Insider-Informationen, ist einfach nur so eine theoretische Überlegung. Wir sind also hier in diesem, eher hier so in diesem Bereich, Dezentralisierung ist hier untergeordnet. Und von Binance hat es auch heute, ich müsste jetzt den Tweet raussuchen oder so, aber könnte auch mal selber gucken, auch quasi eine Meldung gegeben, also die sind irgendwo, da ist irgendwer interviewt worden, irgendein Technikchef oder so und gefragt worden, hier wird es eigentlich bei Binance mehr Dezentralisierung geben bald. Und er hat gesagt, also wir konzentrieren uns mehr hier auf die Sicherheit. Und das ist halt irgendwie, steht im, das ist vorrangig. Das ist natürlich auch geprägt davon, dass jetzt in den letzten zwei Wochen immer wieder, also verstärkt Binance Smart Chain Projekte gehackt worden sind und da auch echt einiges abhandengekommen ist an User Assets. Und natürlich wird man dann natürlich in einem Interview sagen, hier Sicherheit steht im Vordergrund. Dezentralisierung, höhere Dezentralisierung ist definitiv nicht geplant so. Was bedeutet das für mich als Investor? Von diesen drei Polen hier ist mir als Investor am wichtigsten dieser Punkt hier. Warum? Weil dieser Punkt hier ist die eigentliche Innovation im Blockchain-Bereich, denn, oder im Finanzbereich, denn die Skalierbarkeit, das ist eigentlich easy. Also technisch gesehen ist das überhaupt kein Thema. Mehr Server, mehr Infrastruktur. Also bei zentralisierten Systemen heißt das einfach nur irgendwie mehr Geld in die Hand nehmen, mehr kaufen, irgendwelche Layers da drüber legen, die dann quasi für die Skalierung sorgen. Sicherheit sowieso. Das sind so zwei Themen, die hat man also im traditionellen Finanzsystem, im traditionellen IT-Business sowieso. Also Dezentralisierung ist das absolute, der Wert. Hier liegt eigentlich der Mehrwert der Blockchain-Systeme und warum Dezentralisierung für mich so ein Multimilliardenpotenzial hat, das ist einfach so der Gedankengang. Überleg mal, wenn jetzt große, große Player, wie zum Beispiel Facebook oder Apple oder Google, in den Blockchain-Bereich gehen, in den Krypto-Bereich reingehen würden, was wahrscheinlich früher oder später passieren wird, ich bin da ziemlich sicher, dann können die, wenn die Lust haben, gerne ihre eigene Blockchain machen, die Apple Smart Chain oder die Google, was weiß ich, Google Dot oder irgend sowas so. Aber die Frage ist, wenn jetzt zum Beispiel Google eine eigene Blockchain rausbringt, wird doch mit Sicherheit Apple nicht auf die Google Blockchain gehen. Die werden eine eigene Blockchain machen. Und wenn Facebook reingeht, dann gehen die nicht auf die Google Blockchain und gehen auch nicht auf die Apple Blockchain. Die werden auch eine eigene Blockchain machen. Aber wenn es eine Blockchain gibt, die neutral ist, auf die sich alle einigen können, weil hier keine Spezialinteressen überwiegen, weil die Dezentralisierung, der Dezentralisierungsgrad so hoch ist, dass also kein Player alleine dieses ganze System in die eine oder in die andere Richtung verschieben kann, dann ist es für die großen Player tatsächlich schlauer, in eine gemeinsame Blockchain zu gehen, wegen der Interoperabilität. Das heißt also, die Sachen, die auf der Blockchain laufen, die werden spannender für alle Beteiligten und lukrativer für alle Beteiligten, weil die Userbasis sehr viel größer ist. Dadurch, dass eine Dezentralisierung da ist und dass die User quasi Google Services, Apple Services, Facebook Services und natürlich unsere ganzen DeFi Services und so weiter an derselben Stelle mit demselben Wallet in derselben Infrastruktur nutzen können, ohne von anderen Diensten komplett ausgesperrt zu sein. Und deshalb ist für mich die Dezentralisierung eigentlich hier der entscheidende Punkt, in den ich am meisten investiere und deshalb bin ich auch überzeugt eigentlich von Ethereum, ich bin überzeugt von Polkadot, ich bin überzeugt von Cardano, weil hier steht die Dezentralisierung im Vordergrund, nicht die Skalierbarkeit, die steht, die ist wichtig, die ist extrem wichtig in den Projekten, genau wie die Sicherheit, aber man opfert nicht jetzt die Dezentralisierung für eine Skalierbarkeit. Das ist für mich eine kurzfristige Perspektive und die Binance Smart Chain und BNB ist für mich dadurch kurzfristig ein Investment gewesen, aber jetzt im Moment, da ich jetzt mich etwas mehr zurückhalte, etwas mehr zurücknehme, liegt mein Fokus mehr darauf, jetzt quasi neu mich zu sortieren und wenn ich mich neu sortiere, dann werde ich mir auch für Investments eine neue Blockchain, eine neue Infrastruktur suchen und diese Infrastruktur, die werde ich ziemlich klar konzentrieren, zur Zeit noch auf Ethereum-Projekte, aber nicht auf Projekte, die auf Ethereum laufen, sondern ich werde eher in die Richtung gehen, dass ich hier Layer 2 Lösungen mir anschaue. Zur Zeit ist natürlich Polygon ganz, ganz groß im Kommen, da rede ich ja jetzt auch schon seit Wochen drüber und bei Polygon läuft immer mehr und ich werde also jetzt quasi meine Assets nach und nach von der Binance Smart Chain abziehen und zu Polygon rüberschieben, um auf Polygon weiterzumachen, Yield-Farming-Gelegenheiten zu suchen und Investitionsmöglichkeiten, neue Projekte, die auf Polygon laufen, in die ich aber nicht maximal jetzt investieren möchte, weil dafür ist mir der Markt zu unsicher. Ich werde einfach jetzt nach und nach umschichten in Richtung Polygon, werde dann von da aus Projekte suchen, die mich interessieren und die ich spannend finde und jetzt ganz langsam, ganz vorsichtig anfangen, da zu investieren. Aber auch erst, nachdem ich meine Taschen mit den großen Projekten, Bitcoin, Ethereum und so weiter, richtig schön wieder vollgemacht habe. Und dann habe ich eine sichere Basis, von der sicheren Basis ausgehend, gehe ich dann in diese spannenden Sachen rein, was hier ganz, also das Polygon ist zurzeit glaube ich die einzige wirklich funktionierende Layer-2-Lösung, die ist technisch wahrscheinlich sogar die unspannendste, aber das ist diejenige, die jetzt da ist und funktioniert. Mein Gefühl ist, dass das nächste Thema OMG wird. OMG ist auch so eine Art Layer-2-Lösung für Ethereum. Können wir mal kurz auf die Webseite gehen. Das ist also wahrscheinlich, denke ich, das nächste große Thema. Und hier werde ich also auch, das werde ich mir erst mal anschauen und nachschauen, was da also möglich ist, was man hier machen kann und wo das Potenzial ist und eventuell hier auch eine Investition machen. Im Moment ist es mir relativ egal, bei welchem Preis ich hier einsteige, also ob das jetzt hier 7 Dollar ist oder 10 Dollar oder 6 Dollar oder so, da gucke ich nicht hin. Denn diese Sachen sind erst am Anfang. Es ist total klar, dass das wirklich sehr stark steigen wird, wenn sich diese Sachen, diese Dinge durchsetzen. Also wenn mich das technisch überzeugt, dann werde ich hier irgendwie ein Investment machen. Aber ich schaue mir das erst mal an und wenn mich das überzeugt, dann ist es mir auch egal, an welchem Punkt ich hier preislich einsteige. Denn das ist total klar, dass diese Dinge nicht bei 7 Dollar und auch nicht in diesem Bereich bleiben werden, wenn die sich richtig durchsetzen. Das ist also eine andere Sache, die ich zurzeit auch mache, ist die ganze Regulierungssituation. Ich hatte es in meinem letzten Video über den Tether und über die Stablecoin Pools schon gesagt. Die ganze Regulierungssituation, die finde ich im Moment etwas beunruhigend. Und zwar vor allem, weil mein Eindruck sich immer mehr verstärkt, dass die Regulierung sich auf den Bereich Stablecoins in abseitbarer Zeit konzentrieren wird. Wenn man die US-Medien liest, wenn man irgendwie sich ein bisschen einliest in die Sachen, die da in den Behörden und in der Politik abgehen, dann geht es schon in Richtung, dass also die FED tatsächlich eine US-Dollar-Digitalwährung in Wägung zieht. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das nicht kommt in den nächsten Jahren. Ich glaube sicher, dass das irgendwann kommen wird. Es wäre irgendwie verrückt, wenn man im heutigen Zeitalter das nicht einführen würde. Zumal auch die Möglichkeiten da sind, wenn das kommt, dann wird der Stablecoin-Markt von den USA komplett abrasiert. Dann wird das alles verschwinden, was da an Stablecoins ist, weil die können einfach für ihre Digitalwährung absolut keine Konkurrenz gebrauchen. Ich bin absolut sicher, dass diese ganzen zentralisierten Stablecoins, vor allem die amerikanischen Stablecoins, verschwinden werden. Die werden nach und nach abgeschafft, mit Regulierung behindert, sodass der Weg frei ist für den Digitaldollar. Aus diesem Grund gehe ich nach und nach aus diesen Dingen raus. Ich habe einige Investments in Stablecoin-Pools bei zum Beispiel Curve oder bei Ellipsis oder bei Belt oder bei den anderen, also Nerve zum Beispiel. Das sind die drei Pools, wo der USDT drin ist, wo der USDC drin ist, wo der BUSD drin ist. Der BUSD ist von der Firma Paxos, auch mit Lizenz in Amerika. Also der BUSD ist von Binance, aber er ist irgendwie reguliert in den USA. Und da gehe ich jetzt nach und nach raus. Für mich besteht da zurzeit kein akuter Handlungsbedarf. Das kann man meiner Meinung nach, ich werde das die noch mal zwei, drei Monate ein bisschen laufen lassen. Aber ich werde also nach und nach schauen, was gibt es für Alternativen. Eine Alternative, die sich hier so jetzt schon mal rauskristallisiert ist, ist, dass zum Beispiel bei Curve jetzt zurzeit ein Proposal unterwegs ist, dass einen neuen Stablecoin-Pool den D3-Pool rausbringt. Das ist ein Drei-Pool, der nur aus dezentralisierten, dezentralen Stablecoins besteht. Unter anderem der DAI, logischerweise USDP, was auch immer das ist, das kenne ich noch nicht. Und der LUSD, der LUSD ist von dem Projekt Liquidity. Das ist also ein Drei-Pool aus dezentralen Stablecoins, die nicht von der US-Regierung und auch nicht von China und auch nicht von der europäischen Finanzaufsicht oder von der deutschen Finanzaufsicht oder wo auch immer verboten werden können. Das ist also eine gute Alternative, wenn man also jetzt die hier entsteht und das ist aber nur auf Ethereum-Basis, sowas müsste eigentlich meiner Meinung nach auf Polygon oder auf der Binance Smart Chain oder wo auch immer auf den anderen Blockchains auch entstehen. Ich bin aber überzeugt davon, wenn der Druck von Regulierungsseite größer wird, dann ist das ganz schnell, weil sowas ist recht flott eingerichtet. Und die Risiken sind hier ein bisschen anders aufgestellt, aber das ist ja immer so das Thema Risk-Reward. Und wenn die Regulierung also richtig repressiv wird im Stablecoin-Bereich, dann wird das Risiko an der Stelle extrem steigen und dann wird das Risiko durch die algorithmischen Stablecoins, das existiert im Vergleich dazu, geringer ausfallen. Und deshalb gehe ich davon aus, dass also diese Infrastruktur nach und nach kommen wird. Ich schaue mir das halt genau an und werde nach und nach umschichten in diese Richtung. So, das ist das. Dann gibt es ein Thema, das ich total wichtig finde und ich habe wirklich das Gefühl, dass das im Moment komplett übersehen wird. Und zwar ist das das Thema der Token-Bridges. Denn die Token-Bridges, die sind eigentlich eine absolute Basis-Infrastruktur. Das ist irgendwie, also was ist eine Token-Bridge? Das ist eine Möglichkeit, Assets von einer Blockchain auf die andere zu transferieren. Und diese Token-Bridges, die waren in der Vergangenheit nicht so wichtig, weil wir hatten im Grunde ja nur Ethereum als Blockchain, jetzt vor einem Jahr ungefähr. Jetzt ist die beiden Smart-Chain dazu gekommen, wo also die, wo viele User drauf sind. Und es ist dann natürlich die Aufgabe, wie kriege ich meine Assets von der einen, von der einen Blockchain auf die andere. Ich rufe gerade auch mal direkt ein Projekt auf, das dazu passt. Und zwar ist es AnySwap. Reden wir gleich drüber. Wir haben also im Grunde die Anforderung gehabt, dass wir unsere Assets von der quasi von Ethereum nach Binance übertragen. Und das habe ich ja zum Beispiel in meinem Tutorial gemacht, indem ich auf den, dann auf den zentralisierten Exchange bei Binance übertragen habe. und von da wieder runter von der einen Blockchain auf die andere. Und es gibt auch noch andere Token-Bridges und so weiter. Und dieses Thema wird in Zukunft immer wichtiger und immer wichtiger, weil es wird immer mehr verschiedene Blockchains geben. Es ist natürlich nicht mehr so, dass alles auf dem Ethereum Mainnet läuft. Es ist natürlich nicht so, dass alles auf der Binance Smart-Chain läuft. Und wir möchten gerne unsere Assets überall einsetzen. Wir möchten uns nicht irgendwie jetzt hier im Vorfeld überlegen müssen, auf welcher Blockchain arbeite ich jetzt, was ist meine Blockchain, wo bin ich zu Hause, sondern möchte natürlich alles nutzen, wo das Yield-Farming am attraktivsten ist, wo die APY am attraktivsten ist, wo die Sicherheit am höchsten ist, wo die Skalierbarkeit gegeben ist. Man möchte es hin und her transferieren, man möchte in Projekte investieren, die auf der einen Blockchain sind und dann wieder auf der anderen. Und es darf einfach nicht kompliziert und schwierig sein, Assets von einer Blockchain auf die andere zu transferieren. Wenn die Layer-2-Lösungen auf Ethereum-Basis kommen, erst recht, dann haben wir Ethereum als Schicht darunter und dann haben wir OMG, dann haben wir irgendwie Optimism, dann haben wir Polygon, was weiß ich, was wir noch alles für Sidechains und ähnliche Projekte haben werden oder Blockchains haben werden, die sich über Ethereum koordinieren werden. Und natürlich möchte man nicht jetzt immer erst seine Assets auf Ethereum übertragen und dann wieder rüber gehen in das Nächste, weil Ethereum ist teuer, ist langsam und man möchte im Grunde einfach nur sagen, so ich habe jetzt hier meine, sage ich mal, Tokens, Matic Tokens oder sowas oder meine DAI, ich habe meine DAI, Stablecoins und die möchte ich jetzt quasi bei Polygon anlegen, die sind aber hier auf OMG oder sowas, gerade weil ich die da vorher verwendet habe und dann möchte man einfach nur zack rüber auf die andere Blockchain. Von mir aus dauert das auch ein paar Minuten, aber man möchte jetzt nicht drei, vier Umwege gehen oder so. Und es gibt meiner Meinung nach in dem Bereich fast noch gar keine Projekte, das heißt, wir sind hier wirklich komplett am Anfang von dieser Entwicklung, denn der Bedarf ist auch noch nicht so gegeben und ich habe einfach mal jetzt für dieses Video ein, zwei Projekte rausgesucht, die ich hier mal so kurz vorstelle, ohne dass ich im Detail darauf eingehe. Jeder muss selber wissen, wie er damit umgeht, ob er meint, dass das ein wichtiges Thema ist oder nicht. Müsst ihr selber wissen. Ich schaue mir das ganz genau an und zwar habe ich hier zum einen AnySwap. AnySwap ist quasi eine Token Bridge, die, das ist, AnySwap hat eine eigene Blockchain und auf dieser eigenen Blockchain findet die Koordinierung statt zwischen den Transfers und zwischen den unterschiedlichen Blockchains und man kann hier zum Beispiel Bitcoin nach Ethereum transferieren, man kann aber auch, also man kann, Quatsch, man kann Bitcoin zum Beispiel von Ethereum nach Binance übertragen oder man kann auch andere Assets wie zum Beispiel Ethereum und so hin und her transferieren und das hier ist aber nur quasi ein technisches Layer. Es gibt zwar hier eine Oberfläche, die ist aber fürchterlich zu benutzen und es gibt irgendwie immer wieder und wieder neue Projekte. Ich hatte hier vor einigen Wochen mal bei NERV die Token Bridge gezeigt. Die basiert eigentlich auf AnySwap und hier kann man im Prinzip die Assets, also zum Beispiel die folgenden Assets Ether, USDT und Bitcoin zwischen Ethereum und Binance hin und her transferieren. Was man hier aber zum Beispiel nicht kann ist, man kann nicht von Binance zu Polygon. Man kann auch nicht von Ethereum zu Polygon. Polygon wird hier gar nicht unterstützt. AnySwap dagegen unterstützt aber Polygon durchaus. nur die Assets, die man hier swappen kann, die sind noch relativ bescheiden. Also hier geht noch nicht allzu viel und man merkt wirklich, wenn man das hier benutzt an allen Ecken und Enden, wie komplett in den Kinderschuhen dieses ganze Thema hier steckt. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass hier dieses Team, ich weiß auch nicht, ob die aktiv sind oder nicht. Also im GitHub sind die aktiv, die programmieren auch, aber also die Benutzeroberfläche ist fürchterlich, was auch immer fehlt und deshalb finde ich auch so ein Transfer über eine Token Bridge immer eine sehr stressige Erfahrung. Das ist im Prinzip eine richtige Darstellung des Fortschritts. Also ich schicke meine Assets raus und dann weiß ich erstmal ganz lange überhaupt nicht, also sowas dauert manchmal 10 Minuten mal 20 Minuten. Ich weiß in der Zeit überhaupt nicht, was los ist. Meine Assets sind einfach nur weg. Sie sollten irgendwie auf der anderen Seite ankommen, aber es ist noch nichts da. Es gibt auch keine Meldung, was jetzt gerade los ist und ich muss da einfach nur hoffen und beten und beten, dass sie irgendwann ankommen und manchmal kommen sie gar nicht an. Das ist zumindest bei NERV hier der Fall, wo ja AnySwap im Hintergrund verwendet wird. Dann gehe ich in den Discord-Kanal von NERV, frage danach, dann muss ich denen meine Transaktionsnummer geben, dann sagen die alles okay, die kommen gleich. Ethereum ist gerade wieder ziemlich voll und manchmal dauert es vier Stunden, bis die Assets ankommen. Ich habe keine Informationen in der Zwischenzeit. Was für ein Horror, wenn man das mit größeren Beträgen machen möchte. und das ist für mich also ein Thema, das mega, mega wichtig ist. Das ist eine absolute Basis-Infrastruktur. Es gibt ganz wenig Projekte, AnySwap ist eins davon. Die haben auch einen Token, hier Any heißt der. Und wenn man sich also mal jetzt den Kursverlauf, hier der AnyToken, AnySwap, der liegt jetzt bei 3,18 Dollar und den kann man meines Wissens auch irgendwie auf Uniswap kaufen, aber mindestens auf Binance kann man den kaufen und wenn man sich den Kursverlauf der letzten Zeit anschaut, nehmen wir ruhig mal die 90 Tage, dann ist hier natürlich genau das passiert, was bei allen anderen auch passiert ist. Wir hatten hier einfach seit Mai also immer wieder ein All-Time-High und dann eine extreme Korrektur. Also das All-Time-High war irgendwie bei hier 10 Dollar 11 Dollar 19 sieht man hier und es ist echt runtergegangen auf 1 Dollar 19, also irgendwie so fast 90 Prozent oder was weiß ich mindestens 50 Prozent Kursverlust und dann hat man irgendwie jetzt hier so eine leichte Erholung, eine Seitwärtsphase, also für mich ist das eigentlich total klar, dass ich hier irgendwie einsteigen werde, weil diese Dinger müssen, die werden abgehen in nächster Zeit, klar, total logisch. Also und ein anderes Projekt in der Hinsicht ist die Quatsch, ist die Tor, Tor-Chain. die haben auch eine, das ist keine Token-Bridge im technischen Sinne, aber die bieten auch die Möglichkeit, Assets von einer Blockchain auf die andere zu übertragen. Das ist das MCCN, also Multi-Chain-Chaos-Net oder so heißt das Ding. Das ist etwas, was es ermöglicht, Bitcoin und Ether, also unterschiedlichste Blockchain unterstützt das. Das sind, glaube ich, darunter liegen sogenannte Atomic Swaps. Das ist technisch was anderes als eine Token-Bridge. Das Grundprinzip ist aber dasselbe. Man hat Assets auf Blockchain A und möchte sie gerne auf Blockchain B benutzen und mit Tor-Chain, mit der Tor-Chain, mit dem MCCN, Multi-Chain-Chaos-Net, kann man das bewerkstelligen. Auch hier, ich habe es ausprobiert, also ich habe keine Ahnung, ich habe eigentlich nicht einen einzigen Token-Transfer hingekriegt. Projekte noch total am Anfang, aber immerhin, es gibt ein Mainnet, es gibt irgendwie einen Launch, der ist zwei Monate her oder so, glaube ich. Es gibt ein Produkt, das auch funktioniert. Ich persönlich habe es nicht geschafft, es zu bedienen. Das mag aber auch daran liegen, dass ich nicht so viel Zeit investiert habe. Lasst den Projekten einfach die Zeit, sich zu entwickeln und deshalb schauen wir uns einfach mal nochmal den Kurs an. Wie ist hier der Kursverlauf? Auch hier, zumindest hatte ich das heute Morgen, als ich geguckt habe, das Bild, was jetzt überall ist, allzeit hoch, bam, abgestürzt, richtig drastisch. Jetzt hier so eine Konsolidierungsphase bei Torchain sogar mit einem richtigen Aufwärtstrend. Alles noch total fragil. Man weiß nicht, ob es nochmal runter geht, aber auch bei den Projekten ist es mir eigentlich, wenn ich mal so jetzt gerade spreche, denke ich, ich verfertige jetzt gerade meine Gedanken beim Sprechen sozusagen erst. Also ich muss sagen, das sind für mich natürlich absolute Kaufgelegenheiten. Das ist eigentlich auch total wurscht, ob ich jetzt hier bei 12 Dollar oder bei 10 Dollar oder 9 Dollar oder bei 17 Dollar einsteige, denn der Use Case von den Sachen ist definitiv vorhanden, der wird in nächster Zeit größer. Die haben schon ein Produkt, die sind schon da, es funktioniert nur noch nicht richtig, was aber nicht bedeutet Finger weg, sondern was bedeutet sich genau anschauen, überlegen hat das Potenzial, mehr auf das Team gucken, mehr auf die Aktivitäten gucken. Das heißt also eine gute Anlaufstelle ist immer das GitHub von denen. Wenn man zum Beispiel hier bei GitHub nachschaut, ich suche mal nach AnySwap zum Beispiel, hier ist AnySwap, hier ist das Repository von denen, hier sind die ganzen, also hier ist das eine Projekt, der ist Frontend, aber wenn ich hier auf die Organisation klicke, dann sehe ich quasi alle Projekte von AnySwap. GitHub ist ein Portal, auf dem man quasi, wenn man Open Source Entwicklungen macht, seine Quellcode-Änderungen veröffentlicht, damit die anderen Leute mitarbeiten können und da sieht man also durchaus Aktivität, updated seven hours ago, updated yesterday, updated yesterday, vor zwei Tagen der Crosstrain-Router, manche Sachen werden halt seltener aktualisiert. Und es ist auch die Frage, ob diese ganzen Sachen noch, die ganzen Projekte überhaupt noch eine Rolle spielen, aber man sieht einfach zum Beispiel die Cross-Chain-Bridge, da wird heftig dran gearbeitet. Hier diese Ausschläge, das ist jetzt kein Kurs, sondern das zeigt einfach die Aktivität, da sieht man, hier hat man eher so eine Flatline, aber man kann ja also gut erkennen, an welchen Sachen viel gearbeitet und wenig gearbeitet wird und wenn die Projekte nicht aktiv sind, dann kann das natürlich so viel Potenzial haben, wie es will, aber wenn nicht dran gearbeitet wird, dann ist klar, dass da wahrscheinlich nichts draus wird. Und dieses Projekt hier ist sehr, sehr aktiv. Da ist die Frage, lohnt es sich hier zu investieren oder nicht? Bei mir ist die Antwort, für mich ist die Antwort ganz klar, Use Case ist vorhanden, Aktivität ist vorhanden, Funktionalität ist da, aber die Einzelheiten, wie zum Beispiel so Kleinigkeiten, wie die Nutzerfreundlichkeit und so, sind noch nicht so auf dem besten Stand. Also das ist für mich klar, dass ich da investiere, weil die Grundfunktionalität ist das Schwierige, dass das Leichte, die leichteste Übung ist, ein vernünftiges Frontend draufzusetzen. So, das mal gesagt, das sind so meine Gedanken zum aktuellen Stand. Ich hoffe, das war für euch irgendwie hilfreich. Ich melde mich natürlich wieder und wünsche jetzt erstmal viel Spaß, viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.